Unreife Bananen enthalten komplexe Kohlendrahte, welche später beim Reifen dann in Zucker umgewandelt werden, wie Fruktose und Glucose und der Mix aus beiden, dieses Molekül heißt Saccharose. Doch was passiert mit dem Körper, wenn man unreife Bananen isst? Säugetieren wurden unreife Bananen gefüttert, einmal mit 5 und 10% resistenter Stärkeanteil. Wer die letzten Videos verfolgt hat, weiß ja jetzt ganz genau, wie wichtig die gebildeten, kurzkettigen Fettsäuren sind, die Bakterien bilden im Darm aus der resistenten Stärke. Zum Beispiel 10% der körpereigenen Energie kann hierdurch gespendet werden, ich meine 10%. Drei Gruppen Kontrollgruppe, 5% und 10% resistenter Stärke. Man sieht deutlich, dass in der 10% Gruppe die Acetate, Buterate, Propionate und allgemein kurzkettigen Fettsäuren der Kontrollgruppe mehr als doppelt überlegen waren. Was bedeutet das jetzt für unsere Gesundheit? Ein kürzlich erschienener Studie aus China hat einen Zusammenhang bei MS-Patienten gefunden, die zu wenig kurzkettige Fettsäuren aufwiesen, beziehungsweise auch allgemein dann demnach auch eine Inbalance des Mikrobioms. Sie sind entscheidend für die Tight Junctions, welche das Schließen der Intrazellulärräume im Lumen zum Leberportalsystem regulieren und damit Entzündungen regulieren. Denn öffnen sie sich zu oft, diese Tight Junctions, in deiner Darmgegend, gelangen Fragmente in die Blutbahn, die dort und einfach nicht hingehören. Der Körper wird sich dagegen wehren. Herzlich willkommen, Autoimmunkrankheiten. Und so ist der Rückschluss zu MS, welche ebenfalls eine Autoimmunkrankheit ist. Interessant, Studien haben ebenfalls gezeigt, dass die Einnahme dieser kurzkettigen Fettsäuren zu einem erhöhten Kalorienverbrauch führt. Das heißt, sehen wir hier in den letzten Jahren erschienene Studie, ganz einfach mit Menschen durchgeführt. Das verifiziert auch die Aussage, dass man bis zu 10% der Energie aus den Ballaststoffen holt und damit auch mehr Energie verbrauchen kann, wie hier gemessen worden ist in der Menschenstudie. Das verifiziert damit meine Aussage, dass man dadurch bis zu 10% mehr Kalorien aus einer Darmflora gewinnen kann. Gorilla machen das übrigens fast zu 100%, indem sie die Ballaststoffe fermentieren. Auch ein gleichbleibender Blutzucker ist zu sehen und es wird viel weniger Insulin benötigt, was klar ist. Denn es handelt sich hier um komplexe Kohlenhydrate in der Banane, wenn sie nicht dementsprechend weiter gereift ist und nicht einfache. Und genau genommen auch noch viele Ballaststoffe, denn weil sie noch nicht umgewandelt sind zu Zuckern, sind sie so gesehen Ballaststoffe, welche den Zuckeraufbau hindern und verschweren. Das sehen wir hier nochmal in Zahlen 148 zu 80 bzw. 90 Insulinsekretion, Ausschüttung, Nanogramm pro Milliliter pro Minute, deutlich messbar. Dazu gibt es die wissenschaftliche Studie der Welt meiner Meinung nach, die genau zu dem Entschluss kam, wo das Genom genau mit knapp 1000 Menschen untersucht worden ist, und der Stuhl und sie kausal sagen konnte, weniger kurzkettige Fettsäuren, mehr Diabetesrisiko. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass die resistente Stärke aus den Bananen zu mehr kurzkettigen Fettsäuren in Darm bei Säugern führt, möglicherweise MS vorbeugen kann, Entzündungen hemmt und die Tight Junction Regulation reguliert, sie dir bis zu 10% mehr Körperenergie liefernd und das Diabetikrisiko kausal senkt. Doch müssen wir jetzt doch unreife Bananen essen, um jene zu bekommen, vergleichen wir einmal die Lebensmittel und deren Trockenmasse, ganz wichtig, Trockenmasse. Hier sehen wir, dass der Buchweizen mit 1,8 Gramm pro 100 Gramm der resistenten Stärke liegt Cornflex bei 3,2, Bohnen bei 2 und Linsen bei 3,2. Wie ist jetzt aber die Trockenmasse von der unreifen Banane? Und wir sehen hier knapp 50 Gramm auf 100 Gramm resistente Stärke, also gut 15 bis 20 Mal so viel wie alle anderen Lebensmittel. Doch da viele gar nicht mögen sich diesen Gedanken einverleiben und nach Möglichkeit natürlich schauen, was man sonst noch zu sich nehmen kann, denn sie unreife Bananen nicht mögen, dazu fiel mir diese Studie ins Auge. Schauen wir uns einmal diese Lichtmikroskopaufnahmen an. Hier sehen wir Reis, Erbse und Kartoffelstärke. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal nach dem Erhitzen an und wieder abkühlen. Hier ebenfalls Reis, Erbse und Kartoffelstärke. Es tut sich anscheinend ziemlich was. Und genau genommen ist das, was ihr hier seht, die Bildung von resistenter Stärke, wenn etwas gekocht wird und dann wieder abkühlt. Das sehen wir hier auch sehr, sehr schön auf dem Graphen aufgetragen. Das ist wirklich nicht aus dem Bilderbuch, sondern auch das ist auch wirklich messbar. Das können wir hier nochmal potenzieren, indem wir es mehrfach erhitzen und abkühlen lassen, entstand immer mehr und mehr resistente Stärke. Das heißt, wenn man quasi die meiste resistente Stärke gewinnen will aus seiner Nahrung, sollte man sie mehrfach erhitzen und vor allen Dingen dann kalt genießen, denn dann bildet die sich. Nur nicht zu vergessen, verlieren sie dabei auch immer weiter Vitamine, je nachdem, wo dein Fokus gerade liegt. Zu beachten sollte auch sein, dass unreife Bananen natürlich nicht ganz so basisch verstoffwechselt werden wie normalerweise Obst. Denn es handelt sich hier um unreifes Obst und unreifes Obst wird oftmals sauer verstoffwechselt. Diesen Effekt sollte man definitiv nicht unterschätzen. Wer keine reifen Bananen mag, der kann auch diesen Trick anwenden mit kalter Nahrung verzehren und diese vielleicht sogar ein, zweimal erhitzen. So hat man das Maximum an resistenter Stärke gebildet und damit auch die von oben genannten schon positiven Effekte dann dementsprechend genießen kann. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei auf die Glocke drückt, damit ihr wirklich informiert werdet. Mein neues Video kommt, nur 10% der Leute haben wirklich die Glocke aktiviert. Das ist wirklich sehr, sehr traurig, muss ich sagen, denn eure Gesundheit ist nun mal das A und O. Vergesst das nicht. Ich würde mich sehr freuen, auf VitaSomal euch wiederzusehen. VitaSomal.de, meine Liposomal-Supplements mit deutlich höherer Bio-Verfügbarkeit. Ich würde mich sehr freuen, euch da also unterstützen und wir haben auch Tees. Bis dahin, danke schön fürs Zusehen, auf VitaSomal.de, ciao.